so da sind wir wieder zurück mit einer neuen folge wwe und machen wir den regulären ring richter schule man titelkampf machen wo wir da geht klar geht alles hier weg damit rusev ab geht wir machen einen backstage und das war ein titelkampf das natürlich richtig als titelkampf in der rohrschau ja rüber und schön hinten im backstagebereich klopfen wir uns die mütze unsere rock würde ich jetzt vernichten ne 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 und ich pack mal den people's elbos aus da muss jetzt her hier da gibt es schon auf die mütze warum liege ich hier schon mal im dreck weil du mit dem bist ja ist klar oh du fisch ja dann ziehner ich hau dir die pperze auf ja ist klar das mach ich nicht auch mit dir ja genau bam jawohl ich glaube das ist kacke ich schmeiße mal in die richtung ne naja naja was geht denn mit dir natürlich fängt ja an wie der kampf 0 ja das habt ihr gebracht ja ich schmeiße mal in den nächsten raum ja 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 kann ich jetzt immer was machen ja oh gott oh gott oh gott oh gott sagen wir mal da fehlt dir die fresse komm oh shit ach fuck der hat mich nicht getroffen ne echt wie geht das wir ziehen dich wieder am anderen rum zu scheiße da kommt wieder der zünder ne ich fahr ab komm her hier ne komm her ne ich fahr ab ich seh jetzt hin ich komm ins Feuerlöcher ich geh nach Hause naja ey ey mein Campbell komm her ich kann nicht so schnell egal ich geh nach Hause ach ich geh nach Hause ich geh nach Hause ich hab dir gehe nach Hause ich geh nach Hause gehst du wieder Alder komm ich wollte nach Hause gehen das willst du dich Aua! Und schon! Da wäre so ein Beach Slap hier! Nein! Habt ihr halt schon ein Signature, ey! Ja du auch! Na jetzt, wo ist das denn? Da steht es dann... Das ist ein bisschen im Studio! Warte! Ja! In die Glöckchen! Komm hoch mit dir! Bin noch nicht fertig mit dir! Da geht's lang! Aua! Aua! Auf den Tisch! Tisch! Tischfinisher! Jawoll! Bam! Dann bin ich fertig! Wie gewinnen wir jetzt überhaupt bei der Runde? Ist eine gute Frage! K.O.? Ich weiß es nicht! Weit neben... Verziehen sie sich schon! Irgendwann musst du doch auf die Bühne gehen, oder? Ich weiß nicht, ob man was muss! Ja, ihr müsst ja auf die Bühne gehen! Auf die Bühne gehen! Ich verstehe aber nicht aufstehen! Aufstehen! Und das tut auch weh, das ist hart! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Größe gegrüßen! Das... Weinchen... Also das machen wir nicht nochmal im Backstage... Nee, das war ja für den Arsch! Aber gut! Das war's für diese Folge! Das war's für diese Folge! Is it all the time?! Untertitelung. BR 2018